Uesma, Belikchi, Handu, Handu, Suha, bitte den Seh, der jetzt mit Titten in den Wachteln wird. Beg. Das Bad ist frei. Wie war eigentlich die Probe? Die Probe? Mit der Schulband. Ah, gut, danke. Was ist? Willst du da jetzt wirklich hochgehen? Warum nicht? Keine Ahnung, da ist es immer so eng. Eng? So viele Leute halt. Aber ist doch Großhaus. Komm mal mit, ich zeig dir was. Meine Mom sagt, wenn du einen Ausbildungsplatz findest, dann wird deine Duldung vielleicht verlängert. Und du kannst sogar vielleicht ganz hierbleiben, wenn du Arbeit findest. Ja. Iris hat mir erklärt. Ausbildung ist gut. Ist es denn überhaupt das, was du willst? Willst du hierbleiben? Gefällt's dir hier? Das ist sauber. Die Menschen sind gesund. Sie haben Geld. Aber? Es ist kalt. Herst du's? Ja. Wer hat denn dir das eigentlich alles beigebracht? Internet geht gut. Ist nicht so schwer. Kann man nicht doch lieber die Tür zumachen? Dem kommt mein Vater noch. Warum? Ist das bei euch verboten? Nein. Aber Mädchen, Jungs im Zimmer. Ist nicht gut. Reden die Leute noch. Sagen, ich bin Scherer. Oder verdorben. Ist das verdorben? Oder das? Bin ich jetzt verdorben? Lara! Jimmy! Essen! Mom, die packen! Was? Ja, die packen! Kommt, ihr müsst was machen!